Soll man Verschwörungstheorien unter Strafe stellen? Tatsächlich wurde diese Forderung von einigen Politikern in diesen Tagen aufgebracht, weil im Zuge der Corona-Krise angeblich zu viel Falschinformationen unterwegs sind. Wir betrachten heute mal die Frage, wie denn heute nach dem geltenden Recht Verschwörungstheorien oder falsche Tatsachenbehauptungen zu ahnden sind. Es ist nämlich so, dass es durchaus eine Möglichkeit gäbe, gegen falsche Tatsachenbehauptungen vorzugehen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Da gibt es den Paragrafen 118. Der sieht vor, dass eine Belästigung der Allgemeinheit mit einem Bußgeld belegt werden kann, wenn eine ungehörige Handlung geeignet ist, die öffentliche Sicherheit zu gefährden oder zu stören. Das ist ziemlich allgemein gehalten und die Rechtsprechung dazu sagt, dass auch eine Pressefalschmeldung eben eine solche ungehörige Handlung oder eben eine Belästigung der Allgemeinheit darstellen soll. Schauen wir bei der Gelegenheit, was es denn ansonsten mit Fake News oder falschen Tatsachenbehauptungen juristisch auf sich hat. Wenn ich eine falsche Tatsachenbehauptung in Bezug auf eine Person verbreite, dann habe ich eine üble Nachrede, Paragraf 186. Wenn dann noch wieder besseres Wissen hinzukommt, ist es der 187 Verleumdung. Aber die Tatsachenbehauptung muss sich immer auf eine Person beziehen. Also wenn ich behaupte beispielsweise, Angela Merkel ist ein Reptiloid und will die Welt steuern, dann habe ich eine Tatsachenbehauptung in Bezug auf eine Person und somit möglicherweise eine Verleumdung oder üble Nachrede. Das heißt, nur wenn ich einen solchen Personenbezug habe, dann bin ich im Beleidigungsrecht, also im Strafrecht mit dem Paragraf 186, 187. Eine falsche Tatsachenbehauptung ohne Tatsachenbezug ist aber keine Straftat, sondern sie ist allenfalls eine Belästigung der Allgemeinheit, wenn eben dieser Gefährdungstatbestand hinzukommt. Wenn wir nochmal in den Gesetzestext reinschauen, da ist es also nötig, dass die Handlung grob ungehörig sein soll und geeignet sein soll, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden, plus zusätzlich die Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung. Im Zuge von Corona könnte man darüber nachdenken, dass etwa die Behauptung, nehmt eure Masken ab, sie gefährden euch, ihr kriegt Hautkrebs davon, dann eine solche Handlung, eine Ordnungswidrigkeit darstellen könnte, weil eine Gefährdungshandlung vielleicht für die Gesundheit denkbar wäre. Komischerweise wird sowas aber so gut wie nie verfolgt. Man bräuchte als Anzeigenerstatter oder Staatsanwaltschaft schon eine große Vorliebe für Prinzipienfragen, um sowas zu verfolgen, denn hier kommen maximal 5000 Euro Bußgeld heraus. Allerdings, so groß scheint das Interesse dann nicht zu sein, denn theoretisch könnte man sehr wohl gegen falsche Tatsachenbehauptungen mit einem solchen Störungscharakter vorgehen, wenn man wollte. Man müsste nur die Anzeigen erstatten. Und dann zu sagen, das, was rauskommt, ist zu wenig, um abzuschrecken. Nun, das sollte man vielleicht erst mal sehen, wenn man es ausprobiert hat. Zumal die Begehung von Ordnungswidrigkeiten kann auch wiederum dazu führen, dass die Plattformbetreiber in der Pflicht wären, solche strafbaren oder ordnungswidrigen Inhalte zu entfernen. Störungscharakteristische Inhalte